weil ich sagte an der stelle auch noch mal hallo und willkommen zurück zu diesen wunderschönen ja das stimmt aber ich so ein spiel wie hand kann man habe auch als älterer gut mithalten weil auch nicht so guten reflexen weil es eben halt mehr mit stellung und taktik gespielt wird als normaler shooter und das stellung spiele mache ich gerne geben das wusste ich und das sehen lässt es sich einfach auch als älterer mensch dann recht gut spielen also ich halte recht gut mit was hast du in den verstellung spielst du strategie mäßig oder wie ja du musst halt überlegen die ist der halb den gegner angreifen weil weil halb ich sag mal zwei gezielte treffer den tod führend das heißt hier bleibt nichts anderes übrig als den gegner auszutricksen ein one on one hast du keine chance gegen also die chance dass beim one on one stirbst ist einfach zu groß also spielt jeder eher so dass er überlegt so sowie gehe nicht wie kann ich den anderen austrick wo stelle ich mir am besten hin dass der jahre müssen überrasche die fallen sind sind wieder keine ecke von somis okay hatten wir schon mal ist ja noch mal raus du musst unten schauen was der wo der raketenwerfer gestanden ist da wird bin ausbauen muss dann muss das passt aber ich müsste also hier ist irgendwo ein zombie in der wand verpackt ja das bist du die kammer aber ich sehe ich sehe nicht ich höre nur lektor gehst vielleicht ist er drin auf der rechten seite wo die treppe ist da hängt er dann kriegst du nicht raus ja man kann nicht leben das kann sein ja man kann das kann gehobenen alter schon mal passieren dass du kannst du kannst haben ganz schwer versagen werde verwirrt mich aber dann so wie zu mir das passt schon und denkt man ja stimmt doch der passt schon irgendwo rein sagt irgendwas hat jetzt also mein granatwerfer bringt ja nicht dagegen also du hast das macht die unsere base kaputt nur um die den granatwerfer zu testen kann ich noch nicht ohne problem benutzen steine fehlen noch hat jemand zufällig steine bei also bearbeitet das stein ich glaube wir haben ja 17 habe ja ein speis war ab weil ich muss noch bei wändern bauen danke auch zu sagen dass die 17 so gerade reichen ich glaube das war das was ich noch brauchte ich brauche nur nägel hat jemand nägel erwarte bis sie wir brauchst du nur eine handvoll 50 erreicht kann ich noch die eine wand bauen dann kommen wir uns zwar darüber unterhalten wo die tesla schulieren soll ich dann gibt es noch gar nicht erst wenn es haben wir erst bei noch 28 erst später gummiringe müssen wir wochen aus 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 habe gesagt alle gummiringe ich bin eingelaufen scheiße 15 jetzt wird es knapp jetzt wird es knapp jetzt wird es knapp 15 und ich bin heute noch kein einziges mal reingelaufen sind 99 gummiringe drin also von daher ich würde sie später abbauen aufbauen ok alle gibt dir recht da wird auch erst später die nächste tesla spule bauen ja natürlich jetzt aber ich hatte jetzt noch zeit deswegen nahm das geht es nicht das ist verschwendet das material lang das kleiner wäre wir rüst uns ordentlich auf so was habe denn jetzt am fleisch noch sieben ist nicht viel hat die plastik bei geben ja hast du plastik ja 24 so was wollte sie jetzt sagen dass zehn fleisch in die kiste geben oder ja ok na passt ich habe nichts dafür habe ich doch gesagt machen 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 und nicht nur kacken ja ich habe keine schalter seien ich bin schon wieder reingelaufen verdammt wir sind bei 16 16 noch 1 1 da hat der holly gewonnen noch 1 ich kann nur den sieg gönnen sie können er hat die letztes mal den sieg jetzt wieder ich bin auch nicht so reingelaufen ne ne also ollie der abstand ist noch für alle ja weil 16 ist ja näher an der 14 wir an der 18 oder ne stimmt nicht ist genau damit das reicht blödsinn was ich red blödsinn das ist gleichstand das ist gleichstand kann zu machen es ändert aber trotzdem nichts an der tatsache dass es gleichstand ist und dass du und verspiel ich bin ich unfair ich weiß wie man die scheiße macht auf dem klo auf dem klo wird hergestellt in deinem körper darm würde ich mal so sagen die wartung gibt es noch so in der einen bei einer neuen maschine was mich gefahren und scheiße macht in der einen neuen maschine der großen wenn du eine große die schwarze oder dunkelgraue ich weiß nicht wie die hast du jetzt diese gestehen ja genau da muss man schauen kann ich nicht ich glaube ich habe sie jetzt gebraucht ich habe kloppt die reparieren das natürlich eine tasten belegung eine tasche belegung und ich stecken kann kann aber ich kann nicht stoff gibt stoff alter tatsächlich eine maschine noch nicht abgeredet aber du kannst wenigstens ein gummi machen alle so viel von diesen bautzug da koste gummiringerl machen oder ja denke ich war das wäre hilfreich ja kann ich da haben wir nämlich noch viel ich versuche gerade zu vorsichtig möglich hier durchzulaufen damit man mir ja nicht unterstellen kann ich würde mit absicht in spikes rein laufen die gamer von außen umgekehrt wenn er ich war nicht drin lüchner bei geschraubt näher auch nicht geschraubt ich war nicht drin dann hast du immer anderen was denn ich bin gesprungen ich bin doch nur gesprungen hey was machst du jetzt so für stress da haben wir noch 100 200 300 400 500 was alle verbunden braucht sonst nichts weil er du bist oder so die gewinnerin der herzen der immer auf harmonie und frieden ausgerichtete papa die pate genau so schauen wir mal wie weit man kümmern mit erwartungskipps wir haben wir denn ich dachte immer klar weil das verboten eventuell ausgericht und sprit gar kein sprit mehr haben wir spritten wo ja ich habe auf der rückseite hier von der säule neben der waffen habe ich habe gesehen kann wir haben wir machen da haben wir auch noch blätter drinnen haben wir haben wir haben da brauchen wir nicht sparen bleiben aber da drin die werden wir zum veralten brauchen mein fräulein ja ich weiß aber die werden jetzt hier nicht weggeworfen weggeworfen hallo ja ich heißt ja das klang gerade so wie aber wir brauchen die nicht nein die brauchen wir schon die brauchen wir dringend der ding hat gesagt wenn sie weg weg der keks hat gemeint brauchen wir nicht so viel haben wir jetzt weg so da haben wir schon muni da habe ich auf jeden fall muni gesehen da habe ich noch muni gesehen muni habe jetzt alles wieder zurückgelegt da bin ich weg du da haben wir noch muni ach hier ist auch noch sprit drin sehe ich gerade ja ja habe ich gesehen genug kann man nämlich nur oben befüllen ich glaube das war der dick der dick habe ich so viel mitbraucht oder ich habe gar keine lust jetzt noch gleich französisch zu machen die übertreibst du mal ja machs gut ollie wir machen auch gleich eine viertelstündchen machen wir auch schluss passiert denke ich mal heute nicht mehr so viel und daher verpasst du auch nicht wirklich machs gut schlaf schön guten arbeitstag morgen tschüss was mussten lernen in französisch ähm ich muss genau weil er am sonntag wieder auf jeden fall werben konjugieren ja jetzt das alles alles und dann muss ich noch eine aufgabe buch machen aber da steht schon tue le texte das heißt ich darf wieder einen text abschreiben ja der ganze text ist im heft ne was der ganze text ist im heft ja na dein ganze text soll man im heft abschreiben meint die damit also abschreiben ja und das heißt so wie ich meine lehrerin kenne wieder eine halbe stunde arbeiten allein für den chest text ja alles vor mal das spielt immer noch battlefield du bist wirklich ein starker der kann sich einfach nicht zurückhalten der mann ja ein kleines problem haben wir durch die maschine haben wir viel zu steine ne du kannst ja wegschmeißen naja wegschmeißen ja 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 hab ich dabei also du hast jetzt zwei geschütze und ein raketenwerfer hier hinten hingestellt ich hoffe das bricht hier nicht zusammen soweit wie das ausschwenkt ne da gibt es sowas nicht mit ähm 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 statik statik gut dann ein raketenwerfer da drüben da könnte man er hat den inneren als zweiten kink und den äußeren als ersten ist das wenn der innere kaputt wird äußere lauf dann immer weiter ja aber von der munition der aufsantage aufmagaziniert als aufpassen also ich habe schon aufgerüstet sind alle es ist alles von der munition her aufgerüstet ja die einzigste frage die ich mir stelle wie kriegt das geschütze hinten den strom das ist nämlich nicht angeschlossen was du brauchst ein verteiler oder ja irgendwie muss man ja hier auch wieder raus weg ist geschützt weg ist das hat gegen geschütze hinten das war die brücke zusammengestürzt das hat was auf den strom nach moment hier oben da ist der verteiler schalter plastik nägel ok 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 aufpassen es ist über munition drinnen gell nicht dass die zu lang geht weil gerade die ma11 sind da ja mhm sterling alea wo 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 ich höre ihn ja ich höre ihn aber wo irgendwo bei mir muss er sein nägel glaube ich waren es rechts von mir oder hinter mir habe ihn gesehen also wie gesagt ich hätte ja noch zeit für die tesla schule also würde mich jetzt nicht hier anbietern es ist eh schön was du hast aber wir machen dann für die tesla schule was jetzt zu viel der arbeit ist auch einen separaten schaltkreis der hängen wir nicht dazu weil die nimmt zu viel strom weg also wir müssen das wieder sehr gut planen so wie du diese geplant hast ne also die funktioniert die lassen so und wir hängen nichts dazu sondern machen deine eigene einen stromkreis dafür und dafür erfüllt uns natürlich die zeit und das zeug ist normal nicht dafür doch haben wir keine ahnung oder vier ich widerspreche da gerne der 545 propeller aber ich habe gerade zehn noch gebaut und den propeller erzählen wird maschinen warum stehen zwei davon ab diesem wahrscheinlich defekt oder zunehmend was wir haben das zähne und zwar mal der hausse batterien dazu hängt ja ich kann sowas naja aber hast zusätzlich eine batterie gebaut ich habe zusätzlich zwei batterien gebaut bist du verrückt echt wahr da steht schon alles alles fertig ja dann ja dann hängt 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 es zusammen dran wisse da schon den perfekten platz dafür Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn was? Kommt das mal zu mir. Wo bist du denn? Draußen? Draußen vor der Tür, ja. Draußen vor den Toren mit dem dicken Ohr sitzt der kleine Maxi und steht der Socht davor. Steht die Herzen mir bei der Leer. Zogen wir wo du herkommst. Das? Das kommt von Dass noch immer ein Zombie in der Wand ist. Bisschen langsam durchlaufen. Hier genau da in der Wand, wo ich davor stehe. Hier vorne. Okay, warte bisschen. Ja, hier vorne sieht sie ihn aber. Warte bisschen, warte bisschen. Ich will mich anbrennen. Lass mich erst mal in die Sicherheit bringen. Ja, geh du Arme weg, Ronny. Also hier die Stelle, wo ich stand, die muss dann... Ja, jetzt scheinst du ihn zu treffen. Was ist denn das? Das ist einer der Baumstimme, oder so die Dinge, die hast du. Die Musik dazu, alter. Schau her, hör mal. Äh, ich date den Tesla, den neuen. Ja. Pass auf, jetzt lass mich das nochmal anschauen. Da herstellen. Das Problem dabei ist, wenn du ihn da herstellst, du musst ihn ja im Prinzip schützen, weil sie werden ja versuchen, ihn kaputt zu machen. Ja, wir können ja mal testweise den auf den Podest stellen. Ne, das ist ein Blödsinn. So wie er steht am Boden, das ist gut. So hoch, geht nicht. Haben wir schon probiert. Wir können auch, keine Ahnung, genau da herstellen, ne? Aber dann ist halt das zu eng, oder nicht? Das ist zu eng, ja. Nur wenn es weiter weg stößt, weißt du, dann kommen die Baumsturmwerfer und dann machen wir es dann von der Ferne kaputt und dann gelangst du nicht mehr, weil wir die Fernwaffen nicht haben dafür, weißt du? Deswegen hätte ich gesagt, lassen wir die eine vielleicht drinnen oder was auch nicht. Also, von Engler 88 meint, höher stellen geht, das funktioniert. Das hatten wir letztes Mal probiert. Und hat, ne, funktioniert, ne? Ne, haben wir noch nicht probiert. Das wir hier im Spiel haben wir uns noch nicht vorgestellt. Der drüber geschossen. Also, Raketenwerfer der drüber geschossen. Also, man könnte ja wirklich hingehen und ich weiß ja jetzt nicht, wie die Ausbreitung ist von dem. Da brauche ich Baumstämme für. Oh, bin ich mehr. Glück gehabt. Wieder Glück gehabt. Wieder Glück gehabt. Nur, die Frage ist, wo möchtest du sie am hinstellen? Ja, die Stelle, die du vorgeschlagen hast, die fand ich schon gut. Also, ich würde es auch da hinstellen. Ne, also, wie gesagt, wir können ja nicht verteidigen. Ne, die Verteidigung, die muss dann... Ne, die gibt es nicht. Doch, die kann man hier mit den Ballisten halb machen. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen dazustellen. Genau, das wollte ich damit sagen. Okay. Wir hätten noch fünf Stunden, hätten wir noch. Weiter, man stirbt denn die Sau. Ich habe immer das perfekte Timing, um nicht angebrutzelt zu werden von dir. Ja, ich tue immer geistmäßig. Ja, ja. Ja, dann merkt man den Jump'n'Run-Spieler halt. Du, oder? Ja. War wieder wie stark? So, ich habe nichts mehr. Achso, den Zombie. Ja, der scheint tot zu sein. Den höre ich auch nicht mehr. Ja, Gott. Wie spät hat das jetzt kostet? 50. Naja. Weil ich so stört dann immer der Sack. Also, Metallplatten und Stahlstangen. Dann BAM, aber da oben. Ah, ein Geschützaufführer. Wo ist der Geschütz? Ja, da aufs Hitterl. Aufs Hitterl. Ja, da kannst du auf jeden Fall schon mal eine Palästin stellen. Sehe ich auch so. Ja, ich brauche Baum. Baum. Ich brauche keinen Baum. Oh. Nein, jetzt machen wir jetzt erst die Tiere. Die Tiere aus dem Wald. Tiere aus dem Wald. Ja. Da kann ich nämlich schauen, dass ich eben die restlichen Misten mache. ein bisschen die restlichen Pflanzenbübel noch aufrüste. Der wird immer unverschämt dann, ne? Der Michael. Ja, ja. Ich hebe das so einfach. Mhm. Du Stalker. Jetzt komme ich da nicht rauf. Wieso ist so kein Tier drinnen? Ja, wie oft ich mich da schon gefragt habe. Wo sollen wir denn an kleinen Tieren? Du hast ein kleines Tier, sagt er. Du kleines Tier, du gehörst mir. Ich habe zwölf, sehr gott. Sexten, wir brauchen das nämlich gar nicht zu machen. Also es reicht diese Insel, wo die der Sand gibt, diese Ballisten. Das ist schon super so. Warum geht der da nicht hoch? Das nicht. Ja, weil du immer noch Battlefield weiterspielst. Findet der Dirk dich unverschämt. Wir treffen uns morgen. Wir müssen morgen arbeiten. So lange spielen wir schauen, ne? Du hast ja spielzeit nur Battlefield. Ja gut, das sind die jungen Leute. Die können ja sowas noch. Stimmt. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Dirk hat einen Namen. Herr Bert. Herr Bert. Nicht Micha? Herr Bert. Micha schreibt, könnt ihr doch auch noch, das sagt der Richtige. Na, wir machen jetzt gleich aus. Genau. Ich finde das ein bisschen, die Trufe kann verselzen. Ja, wir gehen gleich alle schlafen. Was heißt hier, junge Leute können das noch? Ich kann nicht mehr. Traurig, aber warm. Oh, die Maschinen drin wären zum Leermachen, Alia. Ich komm erst schon. Ich könnte doch nicht so lange aushalten hier. Dann können wir schauen, dass er eventuell noch diese Wartungskiz macht. Dann können wir es noch befüllen. Ja, wird auch langsam Zeit, dass wir ausmachen. Micha, es spielt immer noch Battlefield. Das ist der Mann in seinem Privatleben in Ruhe. Mischer, 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 Mischer. Mischer, 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 ich klaute den Scheibenwischer. Jetzt hört doch mal auf. Was wird rein? Nein. Niemals. Ah, da ist der Mischer. Was ist hier los? Warte, ich muss kurz gehen. Ich geh mal kurz auf. Was ist hier? Wieder da. Oh Mann, ey, das ist ja so typisch. Hallo, Michael. Grüßt euch. Servus. Wir kennen uns noch nicht, gell? Nee. Ich bin's, der Max. Da ist der Max. Er sagt schon, ich bin's, der Max. so, als ob man das wissen müsste, wer der Max ist. Habt ihr gut aufgepasst? Ja, der Max ist eigentlich, er hat jetzt einen neuen Kosenamen. Er ist jetzt der, Sekunde, ich muss nochmal zurückblättern, ich hab's schon wieder vergessen. Der Stauber, Dauer-Sterbe-Kandidat. Ist der Dauer-Sterbe-Kandidat Max. Wir haben trotz, wir haben aber eigentlich, er meinte dich. Aber du musst sagen, in welchem Spiel? Nee, muss ich nicht sagen, weil, es ist gar nicht so begrenzt auf einem Spiel. Warte, du, sag du. Das ist da sein. Das ist zu schwer. Ich spiele es ja auf schwer. Das ist natürlich, tja. Halt los. Eine Woche gebraucht zum Überleben. Alter Schwede. Ich spiele jetzt zunächst Ronny Bingo. Ronny Bingo? Wir dürfen kein Ronny Bingo mehr spielen, weil sonst gewinnt ja der Olli die Wette. Ja, wer ist jetzt unentschieden, oder? Ich spiele kein Ronny Bingo. So, Ronny Bingo, ich nehme das, ich liege. Erlebe euch nur die Sachen, hier. Was? Ich liege. Wo hast denn du die Sachen hingetan? Die Watt-Sachen? Die Sachen. Ja, das kommt ganz oft vor, wenn ich mit dir spiele, oder wir mit dir spielen. Ich liege. Was für Sachen denn? Von den Maschinen, die du gerade... Ach so, jetzt wirklich die Kisten. Ja, das liegt ja auch, dass ich immer an erster Front spielen, ne? In die Kisten, wo es eingehört. Mit dem Schlachtgetümmel. Von diesen Forschungsmaterialien. Ach so, Forschungsmaterialien, hier vorne. Ja, 99, oder wie viel darf man sie nehmen? Eine Reihe. Also 2x99 und 1x56. Danke. Ah, okay. Benzin, ich habe Benzin gesehen. Wen hast du hier gesehen? In-Sync? In-Sync. Genau. So, die zweite Tesla-Spule steht. Ich sehe gerade, der Micha spielt noch Battlefield. Das höchstisch. Immer noch. Ja, immer noch. Denk dran, nicht müde sein morgen früh, ne? Warum? Wir treffen uns um 10, ne? Um 11. Um 11, ja, noch besser. Das klingt aber tierisch früh. Warum fangt das so spät an? Weil wir wollen mal Gleitzeit haben. Genau. Wir wollen mal Gleitzeit haben. Okay. Okay. So, die, die sind größte drüben, nicht. Die müssen wir jetzt das andere noch machen. Ah, scheiße. Ich bin noch mal in eine Tacke reingelaufen. Oh. Papa! Ah, verdammt. Verdammt. Warum glaubt ihr das jetzt kein Mensch? Weil ich weiß nicht, weil ihr alle nur das Schlechteste, woran mir denkt. Oh, verdammt. Nein, nein, das war wirklich... Das ist gerade reingelaufen. Das war ein Pech. So, mal gucken. Also, Tesla-Spulen-Laden auf. Was kriegst du denn bezahlt dafür, dass du da immer reinläufst? Du musst den Olli fragen. Äh, musst den Olli fragen, genau. Olli, was bezahlst du da? Olli ist ja nicht mehr on. Ah, okay. Wir brauchen den Olli ja nicht zu verraten, dass er gewonnen hat. Genau, ich habe einfach gewonnen. Genau. Er ist so früh gegangen, also habe ich gewonnen. Ja, genau du. So, also so im Stillstand sind sie schon mal beide an. Ob allerdings, wenn diese auslösen, die sich umhält... Ich würde schalte schon mal jetzt an, das hat mich zu interessieren, was du da produziert hast. Also, wie viel dazu sagen braucht man den Ballisten eigentlich dafür? Ja, eigentlich müssten wir noch zwei Ballisten bauen. Eine, die hier so ein bisschen weiter nach hier steht. Ach, der hast du wirklich drum aufgestellt? Das bringt nichts. Also, der Fundengler 88. Ja, man kann es auch verstehen, aber das bringt einen, die Sprecher habe ich gar nicht nach unten. Er sagt, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Aber ich glaube, das ist das Erste, was die großen angreifen werden. Wirst du sehen, die Serie irgendwo geschalten, oder? Die läuft separat. Nee, die läuft hinten als letztes, ja. Ja, okay. Ja, das ist... Okay, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Das ist... Wir werden es sehen. Wir haben da zwei, drei Ballisten herunten. Ich habe schon wieder auch keine Baumstämme mehr. Ja, ich baue ja gerade das Podest für die Ballisten. Nee, wir machen jetzt Schluss. Ja, stimmt. Können wir eigentlich auch. Das stimmt. Ja. Ja. Also, ich danke euch alle da draußen fürs Zusehen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht es hier weiter live mit Night of the Dead. Oder ihr schaltet am Sonntag zu Valheim ein. Also, der Stream Morgen von Battlefield fällt aus, weil er technisch leider nicht umsetzbar ist. Das ist der Stream. Also, wir spielen schon. Wir spielen dann aber nur auf Aufnahme. Also nicht auf Aufnahme. Ich leider nicht. Ja, bis Sonntag von Engler 88 dann auf jeden Fall. Und der Stream am Samstag fällt aus, weil ich dann Brettspielabend habe. Also, zweimal ausfallen, aber am Sonntag sind wir wieder online für euch bei Twitch oder einfach bei YouTube mal reinschauen. Da gibt es jede Menge zum Gucken. Bis dann. Und der Wälder-Wellheim wird wieder cool. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018